Hallo Kinder, wir wollen das freche Wiesel besuchen mit Bob, der Bahn. Rund um den Maulbeerbusch jagt der Affe das Wiesel. Der Affe dachte, da hast du Spaß. Weg ist das Wiesel. Ein Pfennig für die Rollegarn, ein Pfennig für die Nadel. So geht das ganze Geld dahin. Weg ist das Wiesel. Timmy hat den Husten und Timmy hat die Masern. So geht alles seinen Gang. Weg ist das Wiesel. Ein halbes Pfund billiger Reis, ein halbes Pfund Melasse. So geht das ganze Geld dahin. Weg ist das Wiesel. Jeden Abend, wenn ich geh, dann sitzt auf dem Tisch der Affe. Nimm den Stock, dann haut er ab. Weg ist das Wiesel. Die Straße läuft es auf und ab, geht ein und aus in der Kneipe. Da geht das ganze Geld dahin. Weg ist das Wiesel. Mama hat mir das Nähen gezeigt mit Faden und mit Nadel. Komm, dreht mein Finger, seh ich im Kreis. Weg ist das Wiesel. Und willst du es auch mal probieren? Und wirst doch nie ganz fertig. Dann nimm das Garn und lass es sein. Weg ist das Wiesel. Hat das nicht Spaß gemacht? Kommt's bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.